amazon und damit herzlich willkommen zu technischer sache 3 ist mir egal ich nehme jetzt auf benedikt nimmt schon auf was random random ist doch witzig ich habe wieder vergessen was ich kraft war da kommt das blitz als heimler was ein much bigger table fließentisch oder ja jetzt geht das wieder hier los mit den legs das mit den legs geht hier wieder los macht spaß ich wollte mir eine spitzhacke kraft und zwar von finkers von fuck truck was irgendein behändel tool bein ding und pickaxe hat geil so mit stone gears und mit holz gears monokoks ist tatsächlich ganz geil weil wegen den habe ich bacon bekommen ich werde auf skype angerufen es ist so ätzend alter es sagt mich schon wieder so ab natürlich der kommt online und instant wird man angerufen ok ich muss jetzt mehr so riesigen wie ist das noch mal genau so ist das hallo es lädt mich geht voll klar monakon smeltery eine schmelterie oh gott diese legs sind so gay alter ich habe holz damit kann ich mir i have a pain i have a pain ne das war zu weit scheiße ich kann das gar nicht mehr das haben wir uns gestern noch angehören ich kann das gar nicht mehr ja gestern haben wir noch darüber geredet wie wir das in technische säure gesinkt haben nein wir haben es im oktober gemacht die folge kam halt nur im dezember da können wir nichts mehr für ich habe hoffenweise programme die starten obwohl ich will dass sie starten apple pen pineapple pen bin pineapple apple pen die geht sowieso nie die geht sowieso nie so ich schieb das jetzt hier mit stein zu und habe ich da jetzt noch erde drüber damit das schön aussieht ok da hätte ich ernsthaft gar keine bock drauf also willst du dass wir den trend wieder aufleben ok ja ja der trend war doch witzig ich habe aber nur sieben ich habe aber nur sieben das ist nicht ich habe ich erwartet ich bin echt nur noch wie jetzt ne clean bist du nicht wenn du so redest in durchburg an der düse da steht schwanz drauf family friendly family friendly alter ok ok die story muss ich sagen ähm rainfly und ich waren gestern mit nem kuppel noch draußen unterwegs erinnerst dich doch an diese komischen typen die da mit dem auto die ganze zeit rum gefahren sind ne sag jetzt nicht nein auf jeden fall äh hier in dem kuhdorf werden ja nachts die ampeln ausgeschaltet tatsache dass es die ampeln gibt ist tatsächlich schon ein wunder auf jeden fall die typen ich habe die ampel angeschaltet bin dann einfach rüber gegangen und die idioten die idioten kamen da kreischend wieder in dem auto angefahren und dann mussten an der ampel warten ohne dass wer rüber gelaufen ist und haben sich sichtlich darüber aufgeregt ich fand das witzig hm warum denn das hä was machst du denn alter ich muss mal ne dia spitzhacke reparieren wahrscheinlich mit drei wahrscheinlich mit dreien damit ihr gleich ne neue spitzhacke craften könntest was billiger wäre ich hab aber keine dia spitzhacke also ich hab lags du kannst ein paar von meinen lags abhaben ne boah ich hab jetzt den ersten quadruple kompress kabel nein doch oh mit was kann man das denn reparieren als mit diamanten ja mit dias mit was denn sonst ne ne das kostet nur 2 dias die reparieren ich dachte gerade was hat mir hier gerade abgebaut aber was war mein torsten harbester können wir mal pennen gehen gleich zwei sekunden hm könnte man das nicht auch mit emeralds machen nein das nicht dass ich wüsste es äh ergibt keinen sinn wieso man das machen sollte ich hab gerade weggepackt geil meine zwei emeralds haben sich weggepackt geil du kannst ja wieder steinschwert craften so was ist denn die minimalanzahl die ich brauch nen smeltery controller ne drain und nen tank und nen casting dings und nen faucet mann alter fuck alter diese legs fuck neiiiin neiiiin fuck alter da zuckt man innerlich zusammen kann man das nicht mit irgendwas anderem noch reparieren nein wieso sollte man weil ich jetzt wieder die absuchen gehen kann du hast ein glück kann mir sagen dass ihr ein glas habt was ihr mir schieben wollt da ich hab noch glas geil die muss man gar nicht reparieren wir wollten ihn nicht verarschen alter hätte ich das gewusst hätte ich meine benutzte genommen moment ich glaub denen das irgendwie nicht ich den jetzt irgendwie auch nicht du bist drei mein friend du bist drei ne das funktioniert nicht eben hätte mich auch stark gewundert genauso wie diese legs nicht funktionieren nein finde dich damit ab dass du die absuchen musst das kann ich aber auch verstehen google jetzt danach ich google jetzt danach ach Kommt da der komische Tank schon mal hin. Man könnte das, glaube ich, mit einem Enchartment-Table machen, aber da brauche ich ja auch direkt dafür, also... Aber weniger. Nicht ganze zwei, mit denen du das reparieren kannst. Ach ja, stimmt, da war ja was. Fuck. Da hab ich dir erst das repariert. Obwohl. Dann hab ich mir nochmal eine Kiste kaufen. Geil. Als ob das jetzt... Ne, das brennt noch. Och, ich dachte grad schon. Ja, man braucht denn ein Smeltery-Con... Ah, ich brauch doch so ein Casting-Table. Ne, hab ich noch. Cast-Table. Hab ich... Smeltery-Controller, Smeltery-Drain, Tank. Jetzt brauch ich nur noch Bricks. Ah, so. Zack, zack, zack. Das meistbenutzte Wort in Let's Plays. Zack, zack. Zack, noch eine Spitzhacke. Zack, wohl, wenn man es liegt. Das weiß ich nicht. Zack. Mache ich mir noch zack, eine Spitzhacke. Und zack, ein Schwert. Und dann geh ich zack mal los. Alter. So, zack. Ich will die ganze Zeit nur an Zellen kraften. Das ist grad eben was sehr seltsam in der Facecam ausgesehen haben. Nein, dieser Moment, wenn wer reinkommt und du versuchst nicht hin, nicht hin. Das war doch letztens bei Benedikt in der Folge auch. Ne, ich hab nicht gedacht. Ja, aber du hast dich gemutet. Gemutet. Ja, okay. Gemutet. Und ich hab irgendwas gelabert und man sieht nur, wie du dir den Arsch ablachst dabei. Alter, langsam, langsam geht das jetzt eindeutig zu weit. Dinkelberg. Wie hieß der jetzt? Das war der Zyanid. Nein, der hieß Dinkelberg. Der Prozessor. Cyanide Reprocessor. Der hieß Dinkelberg. Mit Vornamen und mit Nachnamen. Oh nein. Warte mal nach. Wo hab ich jetzt? Oh scheiße, Alter. Ich muss grad wieder an die Verschwörungstheorie denken. Kriegt man immer so Backflash. Wegen den Zombies? Nein. Nein, wegen der komischen Michael Jackson. Die hab ich nie angeguckt. Immer diese Bilder, wo man dann so rangezoomt wird und dann dann, 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 dann steht da irgendwie so ein Geist in der Mitte von der Menschenmenge. Oh, ich brauch eine Smeltery Drain. Hey, hab ich doch grad eben, ach, ich hab die in der, oh, Alter. Oh, und diese drei FPS hier erschweren einem das Leben. Das ist so un... Das hat sich nen Scheiß verbessert, Alter. Gib dir mal OBS Studio, Alter. Daran kannst du doch nicht liegen. Doch. Ja, hä, ich muss auch nochmal das OBS drauf. Ich hab doch letztens nochmal mit OBS draufgenommen. Da warst du doch dabei, Alter. Jetzt gönne ich mir mal hier diese Insel. Gönnung. Wo ist jetzt... Der... Alter. Wie hieß dieser Homo-Bot nochmal, der irgendwelche Sachen hinterher schiebt? Immer ins Inventar. So nachschieben oder so. Kennt er, ne? Wenn er eine Spitzhacke kaputt macht. Warum backt der eigentlich so rum? Der backt nicht rum. Weil mir backt der übel rum. Dann schiebt der was nach. Aber dann ist es nicht da. Und dann... Nee, dann muss er recht viel machen. Ja, aber dann weißt du nicht... Aber du hast in dem Moment schon vergessen, dass du noch was da hattest. Denkst, es ist nicht da. Und dann ergibt das alles keinen Sinn. Und alle sterben. Und... Was laber ich hier eigentlich gerade wieder? Richtig viel Scheiße. Nein, 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 nein. Nein, das ist eine Lüge. Machst du doch nie, Philipp, ne? Ich lüge echt wenig. Ja. Nur abgeänderte Wahrheiten. Nein, andere Wahrheiten. Nicht die echten. Das ist wirklich meine Regel. Das sind die echten Wahrheiten, aber abwandeln. Ja, ganz ehrlich. Das ist meine Regel. Du kannst ja nicht... Selbst wenn du Scheiße im Lügen bist, ja? Und das jedem auffallen würde. Solange du eine andere Wahrheit erzählst, die ja 100% stimmt, dann wird ja auch niemand merken, dass du lügst, sondern merken, dass du die Wahrheit erzählst. Und schon haben die Leute das meistens vergessen. Das ist reine Psychologie. Ich bin einfach ein Genius. Das funktioniert. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich gelogen habe. Und wenn du nicht lügen willst, aber irgendwas nicht erzählen willst, kannst du den Leuten auch einfach sagen, ich will es nicht erzählen. Da müssen die dann klarkommen. Dann kommen die wieder... Doch, doch, jetzt kommt... Nein, das mache nur ich. Ach, stimmt. Deswegen sagst du das ja. Hm. Doch, doch, doch. Erzähl schon. Komm, los. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ja, aber ich kenne das. Ja, weil du das auch praktierst. Einmal, weil ich selber praktiziere und andererseits... Was habe ich... Was haben wir bei dir angeschlossen? Ein Tesseract. Deswegen ist meine ganze Energie weg. No joke, das ist richtig scheiße. Weil wir uns auch schon ein Tesseract leisten können. Bei mir hängt ein Tesseract dran. Weil wir uns auch ein Tesseract... Alter, guck mal Benedikt an. Der kann sich nicht mal ein Steinschwert leisten. Ich habe viel zu wenig Enderperlen dafür. Keine Ahnung. Kannst du mir was davon abgeben? Ich brauche welchen. Ja, ich brauche Sand. Aber ich will nicht meiner Insel Sand abbauen, weil dann sieht es scheiße danach aus. Das heißt, ich muss mal irgendwo hingehen und immer so Löcher sonst wohin graben und dann will ich die ausstopfen, damit es wieder gut aussieht. Eures. Danke, wie doof bin ich eigentlich? Das ist der Idee gewesen. Vielleicht wird ewig viel Energie von mir weggegangen. Ich dachte, dein komischer Dings, dein Reaktor macht doch da hoffenweise Energie. Ja, aber der Tesseract hat alles zu irgendeiner Quarry wahrscheinlich gepumpt. Meine Quarry ist es nicht. Ich kann mir immer noch keinen Tesseract leisten. Nur aus dem läuft meine Quarry nicht mal. Also kann es das nicht sein. Eine Quarry wahrscheinlich. Genau, weil er sich auch eine Quarry leisten kann. Aber Joel, Tesseract ist nicht lustig. Dann war es halt deine Quarry. Ja, war es nicht. Ja, dann wissen wir doch auch nicht, was es war. Ja, an was denn? Ja, aber die Energie muss doch irgendwo hingehen. Wer hat denn Physik in der Oberstufe, Alter? Wenn du die in eine Energiezelle schiebst, dann ist die ja auch irgendwann voll, die Energiezelle. Klar, ich baue irgendwo im Creative 80, 80 Millionen. Verstehst du, wie schwach deine Erklärung ist? Ja. Jetzt geh schlafen. Ah, ich hab Kohle gefunden. Freu mich grad darüber. Ja, wenn du dich jetzt schlafen oder geh weg vom Server. Ja, verpiss dich mal vom Server. So, da schiebe ich jetzt Korn rein. Genau. Bricks. Und um zu sehen, woher der hässliche Ezra-Car-Office herausfinden werden, schaut die nächste Folge. Nein, 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 nein. Das dauert hier noch ein bisschen. Das dauert, dauert, dauert. Es ist 18 Uhr. Hey, es ist schon mehr als 18 Uhr. Hey, es sind 20 Minuten, Philipp. Wir haben aber uns schon länger aufgenommen. Eben. Jetzt sind es 20 Minuten. Hey, bei mir waren es 6,5, 20. Und ich nehme, äh, kürzer ist sie auf. Ja, eben. Macht nur Sinn. Alles macht Sinn, was wir sagen. Ich seh Ihnen auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Pissen, Schleißen, Kacken, Drögenwas. ationssägeist, Kacken, Drögenwas.